Hallo und herzlich willkommen zu den Säugetieren, den Mammalia. Zu diesem Thema gibt es eine Reihe von Videos. Zu Säugetieren im Allgemeinen, zur Bestimmung von Säugern anhand von Schädelmerkmalen und dann noch einige zur Vielfalt innerhalb dieses Taxons. Die Säugetiere gehören taxonomisch innerhalb der Deuterostomia, der Neumundtiere, zu den Chordata, Chordatiere, Olfaktoris und Vertebrata, Wirbeltiere. Alternativ kann man das Taxon der Vertebrata auch als Craniota, Schädeltiere, bezeichnen. Innerhalb der Vertebrata bzw. Craniota sind die Säugetiere bei den Amniota als Schwestergruppe der Sauropsida verortet. Die Mammalia differenzieren sich in die Monotremata, Kloakentiere, Marsupialia, Beuteltiere und Plazentalia, höhere Säugetiere. Alternativ können hier auch in gleicher Reihenfolge die Begriffe Pro, Meta und Euteria verwendet werden. Die höheren Säugetiere teilen sich auf in die Tenrec-artigen, Brüsselspringer, Erdferkel, Schliefer, Brüsseltiere, Seekühe, gepanzerte und zahnarme Nebengelenktiere, Spitzhörnchen, Riesengleiter, Primaten, Hasenartige, Nagetiere, Insektenfresser, Schuppentiere, Raubtiere, Fledertiere und Parhufer, Parhufer und Wale. Wichtig hierbei zu erwähnen, dies ist nur eine von vielen möglichen Systematiken. Aktuell ändert sich die Taxonomie enorm schnell, aber für unsere Zwecke ist die hier vollkommen ausreichend. Das klang jetzt alles furchtbar trocken, aber die Diversität innerhalb der Säugetiere ist nun mal enorm groß. Doch was macht ein Säugetier eigentlich zum Säugetier? Es gibt hier vier eindeutige Outapomorphien, also Merkmale, die gegenüber evolutiven Vorläufern neu sind und hier exklusiv auftreten. Das wären das Säugen des Nachwuchses mit Milch, der Besitz eines Fels aus Alpha-Keratin, das Vorhandensein eines Zwerchfels und die Entwicklung eines sekundären Kiefergelenks. Das Säugen ist natürlich das namensgebende Merkmal der Säugetiere, bei dem die Weibchen die Neugeborenen nachkommen mit Milch ernähren. Die Milch wird in den Milchdrüsen produziert und dann über Zitzen oder Brustwarzen an die Jungtiere weitergegeben. Dabei bilden die Kloakentiere eine Ausnahme. Die Weibchen verfügen nicht über Zitzen, sondern geben die Milch über ein sogenanntes Milchfeld direkt in ihr Fell ab, wo sie dann von den Jungtieren aufgeleckt wird. Die Anzahl der Milchdrüsen und Zitzen ist von Art zu Art unterschiedlich und hängt auch mit der durchschnittlichen Wurfgröße zusammen. So haben Primaten, zu denen auch wir Menschen zählen, zwei, Hauskatzen acht und die auf Madagaskar lebenden großen Tenrex sogar bis zu 28 Milchdrüsen. Die Jungen werden in der Regel so lange gesäugt, bis sie feste Nahrung zu sich nehmen können. Das Säugen hat auch Konsequenzen. Zwar erhalten die Jungtiere ohne viel Aufwand eine fett- und nährstoffreiche Nahrung, die ein schnelles Wachstum sicherstellt, aber im Gegenzug sind sie auf die Anwesenheit der Mutter angewiesen. Somit muss die Mutter viel Zeit und Energie in ihre Nachkommen investieren. Die zweite Autapomorphie der Säugetiere ist der Besitz eines Fells aus Alpha-Keratin. Dieses verleiht dem Fell seine Elastizität, da es aus Alpha-Helizes besteht, im Gegensatz zum Beta-Keratin, welches Beta-Fallblätter als Grundeinheiten besitzt. Das Fell dient primär durch seine isolierende Funktion der Wärmeregulierung. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Homöothermie der Säuger. Eine entsprechende Färbung und Anordnung der einzelnen Haare dient zur Tarnung, sowohl bei Räubern als auch bei Beute. Hier kommt es auch oft zum Wechsel zwischen einem Sommer- und Winterfeld. Manche Tiere verfügen jedoch über ein besonders auffälliges Haarkleid und eine deutliche Färbung der Haut. Dies kommt jedoch bei Säugetieren im Vergleich zu anderen Taxa ausgesprochen selten vor. Für gewöhnlich spielen hier dann auch eher die Muster als die konkreten Farben eine warnende Rolle. Das Haarkleid kann auch einen Geschlechtstimorphismus darstellen. So hat bei einigen Arten das eine Geschlecht im Meer oder ein dichteres oder ein längeres Fell als das andere Geschlecht oder die Färbung ist eine andere. Bei einigen Säugetieren schützt das Fell auch vor der Umwelt. Langes, dichtes Fell hält die Tiere warm. Thermische Isolierung ist ein wichtiger Punkt. Bei Löwenmännchen ist die Mähne jedoch nicht dafür da, die Tiere zu wärmen, sondern um sie vor den Prankenhieben anderer Löwenmännchen zu schützen. Die Mähne ist also in ihrer Funktion gar nicht so viel anders als die Stacheln eines Igels oder die Schuppen eines Schuppentiers, welche nur extreme Umbildungsformen des Fells darstellen. Haare spielen ferner auch eine wichtige Rolle für den Tastsinn, zum Beispiel bei Katzen. Die Schnurrbarthaare können durch Muskeln gezielt bewegt werden und sind an der Basis mit zahlreichen Mechanorezeptoren ausgestattet. Weiterhin kann mithilfe des Fells auch kommuniziert werden, wie beispielsweise hier zu sehen durch die aufgerichteten Nackenhaare eines Wolfs oder den als Fluchtsignal aufgestellten weißen Schwanz eines Weißwedelhirsches. Die dritte Autapomorphie der Säugetiere ist der Besitz eines Zwerchfells, auch Diaphragma genannt. Es handelt sich dabei um eine Muskelsehnenplatte, welche die Brust von der Bauchhöhle trennt. Wenn es kontrahiert, atmen Säugetiere ein und wenn es relaxiert, atmen sie aus. Weiterhin unterstützt es bei der Defekation, also dem Stuhlgang und bei der Einleitung der Geburt. Und auch wenn es ähnlich klingt, dieses Merkmal heißt Zwerchfell, nicht Zwergfell. Das vierte exklusive Säugetiermerkmal ist das sekundäre Kiefergelenk. Wenn es ein sekundäres gibt, gibt es auch ein primäres und das finden wir außerhalb der Säugetiere. Das primäre Kiefergelenk der Sauropsida wird von Artikulare, dem Gelenkbein, und Quadratum, dem Quadratbein, gebildet. In der Evolution der Säugetiere gab es Übergangsformen, die ein doppeltes Kiefergelenk hatten. Letztendlich sind die Knochen des primären Kiefergelenks im Innenohr angekommen und bilden dort die Gehörklöchelchen. Daher mussten andere Knochen das Gelenk bilden. Squamosum, das Schuppenbein und Dentale, der Unterkiefer. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Merkmale, die auf Säugetiere zutreffen. Da es aber Ausnahmen oder andere Nichtsäugetiere mit diesen Merkmalen gibt, sind dies keine Autapomorphien. Schließlich sind sie dann weder exklusiv für Säugetiere noch bei allen vorhanden. So verfügen alle Säugetiere über ein vierkammeriges Herz. Aber sowas finden wir auch bei Vögeln. Vögel sind übrigens, genau wie die Säugetiere, Homöotherm, also gleich waren. Zwar haben die meisten Säugetiere verschiedenartig aussehende Zähne und sind damit Heterodont. Aber es gibt durchaus Ausnahmen, wie die Zahnwale, bei denen ein homodontes Gebiss vorliegt, die Zähne also gleichartig aussehen. Der mehrteilige, verklöcherte sekundäre Gaumen trennt die Atemwege vom Mundraum. Dies ist beim Säugen und später in der Entwicklung beim Fressen von essentieller Bedeutung. So können wir Säuger mit vollem Mund atmen. Allerdings wissen wir diese Eigenschaft nicht immer zu schätzen. Krokodile haben ebenfalls einen sekundären Gaumen. Er ermöglicht es, ihnen stundenlang im Wasser auf der Lauer zu liegen. Die Nasenlöcher schauen aus dem Wasser heraus, während das Maul wegen fehlender Lippen voll Wasser ist. So, das war es an dieser Stelle zu den Merkmalen der Säugetiere. Wir hoffen, man konnte etwas lernen. Ah, übrigens, falls man sich fragt, was passiert, wenn man eine Cat Lady nach einem Katzenbild fragt, naja, das hier. Sind wir wohl selbst schuld. Aber süß sind sie schon.